Und tschüss. Herz? Nein, natürlich nicht. Warum sollt ihr denn... Und, verdammt. Ich hab... Warum hab ich nur noch einen... Hatt ich nicht grad noch... Zeit... Nein, nein, nein. Ey, das Teil will mich verarschen. Hau ab. Nee. Na komm. Ah, dieses... Ah, der sticht auch nie zu. Oh. Na komm. Jetzt bist du... Oh. Schwere Geburt. Mir hat ja auch jemand unter den Kommentaren geschrieben, ich sollte am besten mal stechen versuchen. Ja, hab ich gemacht. Aber wie schon gesagt, das ist nicht einfach mit dem Teil, also mit der Steuerung zuzustechen. Also manchmal schlechter, wenn man zustechen will und dann wird man hektisch und das ist... Ah, einfach nur ätzend. Geht die Tür auch noch auf? Yay, die Tür geht auch auf, Gebieter. Ich habe dir etwas zu berichten. Durch die Kraft der Kugel der Zeit hat sich hier etwas verändert. Ich empfehle einmal nachzusehen. Und ich empfehle, mal mich hinzusetzen. Ich habe nämlich kein Herzen mehr. Holy shit. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe. Och, fei. Ich wollte dich gerade heilen. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 60%, dass dieser Mast und dieses Segel Teile des Schiffes waren, in dem Nairus Flamme ruht. Von jetzt an kannst du das Schiff, in dem Nairus Flamme ruht, mit der Aurasuche aufspüren. Fein nervt, aber ohne Scheiß. Nein, 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 nein. Was zur Hölle? Das war dieses blöde Treibsand. So, hier war nochmal der Eingang. Und der Eingang hatte so viel ich weiß, einen Sitzplatz. Oder war das... Nee, das war eine Werft. Die Werft hat einen Sitzplatz. Ah, ha, 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 können wir nochmal zur Werft zurück. Tja, dann schaue ich mich nochmal um. Oh. Hier sieht es aber... Oh, schick aus. Mir gefällt es hier nicht so ganz, oder? Oh, es geht. Dieses Gepiepe geht einem auf den Sack. Hast du dir das doch jedes Mal anzeigen müssen? Da oben ist was. Ich will da mal hin. Damit löse ich bestimmt was aus, oder? Nee, dann kann ich höher. Cool. Ah. Bam. Und der nächste Stein. Mal wieder. Wie viele gibt es davon eigentlich? Wie viele habe ich schon? Und wie viele brauche ich noch? Hm. Selbstmord. Selbstmord. Ich sollte... Naja, egal. Ja, klar wollen wir fortsetzen. Es ist nichts passiert. Auch eine Art, sein Leben zu lassen. Oh je. Das gibt bestimmt wieder mal Descounter hier. Dieses Spiel hat, glaube ich, auch einen Descounter. Ich muss mal nachschauen, wie viel ich gestorben bin. Ja, erstmal... Da rein. Oder... Ah, da gibt es Kisten. Kisten... Kisten... Ich will Kisten zerstören. Ich will Kisten... So... So... Ameisen mal wieder. Da gibt es nichts. Und jetzt rein da. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das Schiff finden Oder ob wir What the hell? Nein, wir sind wieder hier Hier waren wir schon Also doch da rum Ja, aber Hier ist nichts Ach so Jetzt verstehe ich Sag mir, dass das nicht wahr ist Gehen wir das Ganze mal durch Er hat mich hier hingeschickt Um nachzugucken, ob es Schiff da ist oder so Zu den Piraten Nö, ja Er denkt mal, ja Piraten, okay, man trifft Piraten, ne Ah ne, das Spiel denkt sich Man schickt mich hier hin Einfach mal, um nur eine Aurasuche aufzubekommen Und dann Und dann woanders hin das Schiff zu suchen Nur wegen dem Anhaltspunkt Man Also echt Da kriegt das Spiel für mich leider ein Minus Weil das ist nur noch Zeit 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 Zeit